Ja, willkommen zu einem weiteren Paar von Let's Play Megaman Unlimited. Ich hoffe, ich komme jetzt eigentlich weiter. Ich habe nämlich gerade einen richtig krassen Fehler gemacht. Schnell Endschild. Umschalten, R-Chat. Perfekt. Ein bisschen aus. Yes. Jetzt wird es aber knapp. Endblast an. So teile ich mich jetzt. Jetzt wird es ziemlich knapp, weil jetzt ist Yorium noch da und ich habe kein Leben mehr. Ist ja nicht. Nicht. Heilen. Heilen. Moment. Nee, du kannst ihn nicht töten. Scheiße, wir schaffen gar keinen Boss mehr, weil wir überhaupt eher die Leben haben, noch sonst was. Ich habe das einfach mal auf der 4. Was nehmen wir jetzt? Hier guckt man ein anderes Set an, okay? Ich würde sagen... Wir machen mal einen Chatman. Ähm ja, das war jetzt falsch. Eigentlich war ich Schloten, aber... Leider bin ich ja behindert. Wissen wir ja alle, was dem Kofferkasten geht. Und jetzt kommt... Chapman Stage. Hier kann man auch nicht formen, also hier kann man nebenformen. Und fair. Der kam einfach so überrascht. Reichen, ich kann ihn gar nicht erkennen. So. Oh, So. Nelke. Yes. Hier können wir auch ein Buchstaben. Müssen wir eigentlich mal eben ein Blatt kriegen. Perfekt. Dann mal weiter. Den schaffen wir. Komm. Den müssen wir schaffen. Nein, es kam noch nicht. So. So. Hepp. So. So. Nächster Bereich. Komm. Oh Gott. So. So. Ich will jetzt echt unnötige Parts machen, wo wir gar nichts mehr schaffen. Ich hasse jetzt unnötige Parts zu produzieren, die, sagen wir mal, gar nichts bringen, weil wir ja gar nichts schaffen. So. 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 Nein, Lord Ich lasse nochmal drauf ankommen Wenn es Schrauben Dafür gibt, die ich dabei kann Und dadurch noch neue E-Tanks sammeln kann Können mich für Klumann rösten Wenn ich genug habe für Klumann Dann könnte ich mich ihm stellen Aber dann soll ich nicht aber K.O. kriegen Mit einmal Na komm her, du Skater Du lässt mich Danke Oh, wir kriegen unsere Energie ganz schön schnell wieder zurück So, wir warten mal ab, bis die kommen Yes Hecker Das ist echt, das ist wirklich echt So Runter Komm schon Wir müssen mal echt was schaffen hier Jetzt gehe ich mal mehr als alles Jetzt gehe ich mal hier nur 10% Und vielleicht schaffe ich da was Not a Shit Ein Wetter und kam wir Jetzt den Buster Hey, das hätte reichen müssen Das war hoch genug Der backt schon wieder der ganze Scheiß hier So 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 runter wir haben 54 schrauben sehr gut man es geht aber echt wieder schrauben nahe schild oder nagel so aber wir trägst ihn mal na komm geht doch scheiße der jungs geht mich zu heilen und ich habe passt sie auch noch genauso muss ich alles machen genauso nicht anders immer schön kämpfe nach dem motto wozu brauche ich energie wir ich habe bis ich bin nicht auch gesprungen sehr gar nicht treffen dürfen so so scheiße ich habe vergessen wie die tasten mal wieder so 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 wir haben hier so 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 sag ja zu einiges mit gegner wissen haben sie ein leben merken wir uns für später rüber der sie kommt doch der lebt immer wieso nur sehr gut laufen können und dann kommt die scheiße ins rennen ich glaube meine aufnahmesessen auch von klein bringt es mir sowieso gar nichts mehr es ist gut gesehen gar nichts mehr hier habe ich ja wahrscheinlich jetzt schon ein paar beenden weil ich habe keine schrauben richtig zur fügung ich brauche mein ganzes item lager um es mit ihnen aufnehmen zu können deswegen habe ich jetzt erstellt den part und ja ihr könnt euch wieder kommentare werden da lassen wir sind im nächsten part wieder bis dahin immer wird control das sind jetzt liveaufnahmen ob es klappt oder nicht der endschild ist bereit weil er ist weg so hat nicht geklappt es gibt aber noch ein letztes versuch mit zwei e-tanks halt jetzt lade so jetzt habe ich dich jetzt habe ich dich jetzt habe ich dich so das war ein kleiner nachtrag noch zum video ich habe ihn klar noch mit blatt gemacht also ja so jojo man ist jetzt offiziell geschichte und dementsprechend helfen wir doch noch was geschafft im part 8 wir haben jetzt sagen den nächsten ausradiert und you got jojo cutter ich bleibe ich jetzt natürlich ab wenn ich meine items geholt habe so das war mal ein kleiner nachtrag dazu damit ist wirklich der part jetzt wirklich vorbei also bis zum nächsten part tschau tschau tschau